Hey Leute und herzlich willkommen wieder zu diesem neuen Video. Ja, wir fahren morgen in den Skiurlaub. Wir haben jetzt 20.37 Uhr. Warum fange ich jetzt an? Weil wir morgen um 4 Uhr fahren. Und da habe ich mir gedacht, denke ich es doch am besten, wenn ich das hier vorher aufnehme, weil dann habe ich keinen Bock. Dann möchte ich nochmal schlafen im Auto. Und meine Eltern müssen fahren und ich kann mich entspannen. Und die haben voll gedust. Deshalb werde ich keinen Führerschein machen. Kappa. Kappa. So, hier ist Österreich. Und da drüben, direkt auf der anderen Seite von diesem Flussschluchtding, da ist Deutschland. Toll. Wir sind angekommen, ziehen uns direkt für die Piste an, weil wir richtig Bock haben auf die Piste zu gehen. Ich habe die Action Cam schon zusammengepackt, dann können die gleich mit hoch. Super. Brauch. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, ich gehe jetzt noch mal ins Schwimmbad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben es jetzt wieder morgens, Dienstag. Ich bin nicht heißer, aber es hält mich nicht vom Skifahren ab. Aber es schneit auch schon wieder hier draußen. Und ja, es soll wieder bis zu einem Meter Neuschnee geben. Und ich frage mich tatsächlich, wie es oben aussieht, weil es ist auch wieder recht neblich, wenn man nach oben guckt. Bis zum nächsten Mal. 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 Lasst vielleicht ein Like, lasst vielleicht ein Abo da, vielleicht teilt ihr das Video auch noch, wenn ihr Bock drauf habt, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.